hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute bin ich mal wieder heute spielen wir fortnite das bekannte spiel das im trend der zeit liegt battle royale später kommen wir zu reiz die welt so gut dann gehen wir mal in eine runde leute was wollt ihr später sehen nur minecraft videos mehr minecraft videos oder mehr fortnite videos oder nur katzen videos oder mehr katzen videos ihr entscheidet ja also denn die runde hat gestartet wir gehen nach den taus alles ist gut leute denkt ihr schaffe es noch schreibt einfach in die kommentare ja oder nein außerdem habe ich eine kleine challenge für euch schafft ihr es in drei sekunden zu abonnieren den daumen nach oben zu schmettern und die glocke zu aktivieren wenn ja schreibt hashtag bester mann in die kommentare nein leute ich habe es leider nicht geschafft und damit haben wir verloren egal neue runde neues glück denkt ihr wir werden das gewinnen naja wir versuchen es zumindest der gegenstand job nicht zu nahe ist breitens finde ich nicht gut naja gegenstand rinder ob aber so sieht es cool aus es ist aber ein richtiger breakdance so neue runde neues glück wünscht mir glück naja wie ist bei euch so wenn du vor spiel oder habt ihr überhaupt das spiel wenn ja schreibt hashtag fortnite in die kommentare wenn nein dann schreibt hashtag nein in die kommentare let's go la 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 naja wir werden es und gewinnen hoffentlich aber es bleibt den schicksal zu entscheiden ob wir gewinnen und ich nicht genau wir fallen runter mit diesem coolen effekt wir haben den eroberer fortnet wurde ein jahr alt vor ein paar tagen es kann doch nur gut laufen oder nicht wir werden es schaffen leute in der season 4 sah es doch noch ganz anders aus könnt ihr euch noch daran erinnern wenn ja schreibt diesen fünf in die kommentare so sagt ihr grad es ist lohnenswert hier rein zu gehen wenn ja Ah, das war genau richtig. So, denke wir schaffen's. Erster. Erster Typ, Down. Zweiter Typ, Down. Nein, ich wurde von einer Bombe getroffen. Egal, wir schaffen's. Nein, ich bin gestorben. Egal, die Team-Mets schaffen's. Ihr habt keinen Bock, den Team-Mets zuzuschauen? Okay, ciao. Wir legen los. Na, wollt ihr, dass ein Kumpel mitspielt? Wollt ihr? Mal schauen, ob jemand anderen ist. Es sind tatsächlich welche on. Hm? Gucken wir mal, ob sie bocken. Spieleinnahmen? Natürlich. Wir laden den hinten her und den hinten her ein. Wir werden gewinnen. Ihr sagt nein. Das kann nicht sein. Die Runde noch. Dann muss ich für heute Schluss machen. Dieses Mal werden wir es schaffen. Dennis. Wartet kurz. Dennis? Ja, hallo. Hallo. Hi. Hallo. Ich kann halt nicht nur anrufen beim Nipon. Ich kann nicht nur Anrufe beim Nipon-Protz.